Krasse Scheiße. Ey, du hast ein Error. Geil. Ja. Error. Innocent. Warte, 6, 16, eine Error. Wer ist da? Domi! Pahn, Pahn. Domi, Domi, Domi! Domi, was machst du da für Sachen? Ich warte hier. Ich wollte nur... So. Nein! Pahn? Ja? Ich nehme nur eine andere Waffe. Dürfte ich bitte? Ja. So. Ey, pass auf die... Ich sag euch, pass auf die Server auf... Äh, auf die Server. Auf die Fenster auf. Kaled? Boah, schön. Kaled? Hallo? Ey. Kaled? 6, 16. Okay, Flo, Tommy. Einfach den anderen Namen sagen. Vielleicht würde er ja dann... Flo, Tommy, Pandoria. Okay. Wo ist Flo und Tommy? Also... Ich bin ganz oben. Der Domi und der Curry sind's definitiv nicht. Genau, wir waren zu dritt. Also einer von den drei. Alter. Flo oder Tommy. Ja. Ich bin die ganze Zeit hier oben. Der Tommy und ich sind hier oben, Mann. Ja, dann ist jetzt einer von euch beiden. Zu zweit? Aber ich bin... Es ist Flo! Ich bitte der... Wie, es ist Flo? Ich bin's auf gar keinen Fall. Der sieht so aus. Guck da mal. Wo ist der? Ja, die müssen wir erst mal... Ey, wer ist das hier? Tommy. Ich bin das. Wo ist die Leiche? Es liegt hier. Ich weiß es nicht. Oh, oh! Ey, wer hat hier geschossen? Das Fass ist explodiert, Leute. Was? Das war Flo mit der Sch... Das war eine Shotgun. Ja, ich hab keine Shotgun. Der Domi hat eine, aber... Der Domi hat eine Shotgun. Ja, ich hab einen, aber... Aber der kann es doch gar nicht gewesen sein. Der Tommy war es. Kann er auch nicht. Wie, der Tommy war es? Der hat sich selbst das Fass geschossen, oder was? Leute, das ist mir hier zu... Psychopathisch. Pan, warst du es, oder was? Nein, 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 ich war es nicht. Hä? Wenn du weggehst, Pan. Ich bin hier. Ja. Ja, weil einer von euch gleich wird... Anfängt, um sich zu schießen. Außer Pan. Ja. Pan, du bist ja erst nachher... Nachher in das Zimmer reingekommen dann, ne? Ich schwöre, ich bin es nicht. Hat sich das schon wahr. T-N-E-C-O-N-N-E... Also ganz theoretisch könnte es... Ey. Siehst du, ich war das nicht. Wer war das? Wer war das? Ja, ich nicht. Harry. Was denn? Machst du es wieder? Bist du es doch? Ich bin es nicht. Oh, wenn der Curry... Du bist so krass, wie du lachst. Nein, Mann. Aber hallo. Der könnte es auch sein. Der könnte es auch sein. Ich bin es nicht. Aber hallo, du verarscht uns gerade wieder so krass gegenseitig. Ich mache gar nichts. Ich mache doch gar nichts. Ich höre euch doch nur zu, Leute. Ja, was denn, Curry? Du bist voll kein Pro, ey. Okay, dann geben wir mal einen Grund. Wirf mal kurz deine Waffe weg, Curry. Ja, wirf mal die Waffe da weg. Ja, klar, damit ich von euch erschossen werde, oder was? Nein, ja, weil wir zu dritt dich erschießen, oder was? Ja, was denn sonst? Oh Gott, diese Leichen. Komm, komm mal her, Curry. Bleib mal hier. Ja, gut. Wirf mal die Waffe weg jetzt. Oh Gott. Ich will sehen, was da bei dir im Lauf ist. Oder auch nicht im Lauf ist. Ich habe gerade einmal geschossen. Hast du doch gehört. Ich habe es doch gesehen. Alter, was machst du denn hier? Ihr habt die Leiche untergeworfen. Und warum? Ja, ihr habt die ja alle gesehen. Ja, Tommy. Einfach nur so, wenn ein bisschen Respekt zu zeigen, Mensch. Ja, ich glaube das nicht, Curry. Oh, ich bin aus Versehen rückwärts fast runtergelaufen. Das war knapp. Ja, das ist... Pandoria. Ja, ihr macht doch gar nichts. Ich bin ganz lieb, Mann. Tut mir leid. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ey, ich wollte die gerade nehmen. Ich habe meine da runtergeworfen. Nee, ich habe mir gerade eine weiße Shotgun genommen. Nein, wollte ich ihn nehmen. Die hat ihr Waffe einfach runtergeschmissen. Wie? Wie du hast die einfach runtergeschmissen? Ich habe meine Waffe runtergeschmissen. Und ich wollte die weiße Shotgun genommen. Ich habe dir einfach die Shotgun genommen. Der ist ja voll Kacke. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen durch auch. Komm, Tommy. Wir gehen einfach. Ja, komm. Wir gehen einfach. Oder du bist es. Du kannst es immer noch sein so. Ja, aber dann merken die anderen es doch sofort. Leute, ich bin hier mit... Wenn du gleich nicht mehr redest. Warte, warte, warte. Wir trennen uns. Und ich bin hier mit einem Curry. Ich bin doch nicht dumm. Und das heißt, wenn ich das nicht mehr sage, dann bin ich tot. Okay, Domi. Wir gehen einfach nur so schnell wie möglich, so weit wie möglich runter. Hey, da wird geschossen. Da wird geschossen. Man kann hier nicht weiter. Man kann hier nicht weiter. Hahn, lebst du noch? Hä? Curry? Okay. Curry! Curry! Ich wollte nur gucken, ob du es merkst. Wer war es denn jetzt? Der Curry geht um eine Ecke und auf einmal war der weg. Und ich dachte so, hä? Was ist jetzt passiert da? Hat er sich einfach in den Fass verwandelt? Entschuldigung. Und ich wusste das nicht und denke, Curry? Stehe vor dem Fass Curry? Und dann ist es mir eingefallen und dann habe ich den erschossen. Du hast den Fass getötet, hast du Sau. Ich wollte nur gucken, ob du einfach umdrehst und wieder gehst. Ich war kurz davor. Das war geil. Du mit deinem Fass trinkst. Und das Beste war, ich schieße mit einem Melon-Bomber auf euch. Weißt du, mit so einem Raketenwerfer. Und ihr... Ich habe es gar nicht gemerkt. Oh Gott. Ja doch, ich meinte doch noch, du hast doch da gerade irgendwas gemacht. Aber du hast es doch gesehen, dass ich das Ding in der Hand hatte, oder nicht? Ja eben, aber ich kenne es halt noch nicht. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin so fettig hier. Oh schön. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Volles komische Gesicht. Hä? Wo ist der hin? Boah, ey. Ey. Ich bin Domi. Ey, ich bin Domi. Innocent. Innocent. Ey, da wird schon wieder jemand erschossen. Da wurde jemand erschossen. Ich kann mal ganz schön los, Leute. Wo? Wo oben, oder was? Domi? Ey. Domi? Der Tommy hat eine Schrotflinte. Mit der wurde er gerade erschossen. Ja, genau. Mit der wurde er gerade geschossen. Der Tommy ist noch am Leben. Tommy, wenn hier eine Leiche liegt, ne? Ich bleib bei dir, Kori. Ja, weil du mich jetzt abschießt. Ich bin mit Tommy unterwegs. Tommy, ich schwöre dir. Du brauchst mir gar nicht hinterher zu laufen. Hau ab jetzt. Wer, wer, wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt gerade überhaupt unterwegs? Ich habe, ich habe doch eine Sniper. Ich bin gerade oben auf dem Dach. Ich verstecke mich. Ich bin auch. Dann ist es über uns gewesen, Kori. Nein, 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 Tommy. Also oben ist keine Leiche. Ja. Oben ist keine Leiche, dann müssen wir runtergehen. Und da ist jemand im Luftschacht. Ja, ich. Ich bin der. Warum bist du im Luftschacht? Wer, wer, wer kommt da jetzt gerade rein? Du kommst von unten. Du kamst gerade von unten. Weg, weg, weg. Ihr kommt auf. Ihr kommt auf. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Unterwegs. Ich bin es nicht. Der nicht. Ich glaube, der Kori ist es. Scheiße, ich muss hier weg. Ohne Scheiße, geh weg. Tun wir nichts. Ich bin es nicht. Das ist ein scheiß, falsches Spiel. Ich sah mal gerade, weil ich so viel getrunken habe vorher. Bitte. Ich war es echt nicht. Ohne Scheiße jetzt. Warum redet denn keiner mehr? Was ist hier los? Was ist hier los? Flo. Flo, bitte glaub mir. Ohne Scheiße jetzt. Ich habe gerade voll Angst. Die machen hier ein Beeport. Ich kriege keine Luft mehr. Verarsch du uns. Kori. Wer ist da? Wer ist da? Ich bin mit der Pan alleine. Ich tue nichts. Ich tue nichts. Ich bin mit dem 616er. Ich tue nichts. Ja. Ich habe Angst. Oh Gott, ich habe Angst. Ich bin süchtig. Ich gehe weg. Ich denke, Pandoria ist es. Ey, Khaled. Was geht mit dir? Ich bin es nicht. Ich denke auch. Außer der Kori verarscht uns wieder extrem. Leute, überleg doch mal. Komm gleich aus deiner hier. Überleg mal die ganzen Sachen, die der Kori abgezogen hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ey, was soll ich machen? Sag mir, was ich machen soll. Und ich beweise es euch. Wo seid ihr überhaupt? Sag mir. Ich wachs. Hey, ich sage es dir nicht. Ich sage es dir nicht. Wo ich bin. Ich bin hier mit dem 616er. Ich bin es nicht. Du musst keine Angst zu haben, Mann. Ey, mir läuft es los. Ja, ich. Mann, ich stecke dir seit einer halben Minute den Rücken. Wo seid ihr denn? Ihr wartet doch mal auf mich. Ich zeige es hinter mir. Was machen die Leute? Komm, wir machen das. Wir machen unsere Nummer. Scheiße. Mega gut. Die Bahn. Ich beweise es euch. Ich beweise es euch. Ich bin es nicht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Deswegen wurde ich jetzt total hygienisch äh, hysterisch. Und dann hat sie sich voll gefreut, dass der Domi dann angezweifelt hat und dass ich euch verarsche oder so. Ja, ja, der hat das doch schon voll oft gemacht. Ja, ja. Oh, dem vertrauen wir noch. Das ist so behindert. Wir hier alle aus dem Fenster springen. Boah, das ist echt eine energiegeladene Runde, die ich suche. Aber echt. Ja, das kriegst du zurück, ne? Nein. Oh, aus dem Fenster. Wir dürfen alle mal Arschloch sein. Ich lieg schon unten tot. Was? Was? Achso, du spawnst ja neu. Ja. Du spawnst ja gleich wieder. Keine Angst. Spawny. Ups, Entschuldigung. Innocent. 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 Oh, hier sind alle. Traitor. Alle innocent. Darf ich mich bitte diesmal mit jemandem zusammentun? Ich werde nicht schon wieder alleine rumrennen. Oh, ich habe aufgeschossen. Entschuldigung. Curry? Was? 616? Ja. Wo bist du? Ja, versuch doch mal. Du bist ein guter Spieler. Ich bin mal hier. Mit dem 616. Ich habe Angst vor dem Curry. Ey, hier wird geschossen. Ich bin alleine mit Curry. Ja, versuch Curry. Ich stehe doch hier nur im Flur, Dummy. Na, Curry? Hast du jetzt wieder deinen Traitor? Bist du jetzt glücklich? Der Flo, der Flo. Guck mal, Dummy. Scheiße, wo seid ihr denn alle? Ich stehe nur im Flur. Hallo. Du machst irgendeine kranke Scheiße. Der Curry ist jetzt sowas von. Ja, ich sag doch, der ist es. Soll ich mir einen Kopfschuss geben? Wer ist hier? Wer ist da drin? Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Wer ist da? Okay, die Tatsache, dass der Tommy das so gern will. Mann, 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 Mann. Ich hasse mein Leben. Schon wieder? Mann, ich will ein Mal. Ich weiß nicht, wie man jemanden heimlich tötet. Okay, dann möchte ich jetzt was spielen. Ich war gerade in Schock. Ey, schon wieder zweimal Traitor, ey. Weißt du, Curry, du hast gerade gut reden, weißt du? Ich erinnere mich da an eine gewisse Session. Boah, ich kann nicht mehr, warum bin ich den ganzen Tag so laut? Tut mir leid. Entschuldigung, auch an die Zuschauer. Ich habe gehört, bei euch bin ich eigentlich in den Aufnahmen ganz leise, aber bei mir ist das, glaube ich, gerade überträglich. Jetzt bin ich immer auf das Schiff gespannt. Auf das Schiff. Monster. Ultimative Traitor-Schiff. Das Smiley macht da gerade. Wir nehmen erst 58 Minuten auf. Krass, und alle schon so durch. Boah, voll schön. Flo, such mir den Pool. Wo ist der Pool? Das ist ja die Titanic. Ich weiß nicht, wie ich hier se... Ja. Echt? Oh, ihr seid schon drauf. Okay, wer macht mir den Check? Wer macht mir die Rose? Domi. Wo ist der Pool? Ich bin der König der Welt. Hi, König der Welt. Die König der Welt. My heart will go on. Ich stehe auf der Reling. Geh weg. Alter, wie viele Zimmer gibt es denn hier? Kennt ihr das Spiel nicht, The Ship? Das ist das Ship davon. Nee, das ist nicht die Titanic. Nee, das ist die nicht. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe nur zwei Schornsteine. Ich habe den Pool gefunden. Das heißt, The Ship. Ja. Ah, ich sehe ihn. Ich will auch nach Hause. Boah, hier gibt es auch ein Beherzimmer. Richtig geil. Du bist auch im Pool. Ja. Boah, guck mal, cool. Warte, ich spiele. Ich will damit spielen. Oh, Mist. Untergekommen. Ich bleib im Pool. Es hat sogar ein eigenes Museum. Warte, ich muss einmal kurz. Ich bin innocent. Ich auch. Ich will unbedingt auch in den Pool. Ich muss aber mal ganz kurz. Oh, hier ist ein Sweet. Ach, wie geil. Ich habe keine Waffe. Wehe, jemand kommt in den Pool. I have no Waffe. No Waffe in the house. No Waffe. Pan, verteidigen wir den Pool? Ja. Dick Bay. Warte. Ah. Ich bin hier mit dem 616. Der kann richtig gut sein, Tommy. Pan und ich gucken, dass keiner in unseren Pool kommt. Hier ist noch ein Pool. Ah, war es noch ein Pool? Ja, ganz hinten. Kannst du das hier? Warte, mit Anlauf. Hiya. Warte. Ich komme nicht hoch. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ja. War das nicht. Wo ist der scheiß Pool? Warte. Das Schiff ist so riesig. Hi. Oh. Hä? Flo? Ja. Ich verlaufe mich hier so krass. Kannst du, kriegst du Schaden, wenn du? Irgendwas hat mir Damage gemacht eben, ja. Flo? 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 Ach. Nee, 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 nee. Pan. Nein, 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 nein. Der Flo. Flo doch. Nein, der Flo ist in dem Pool. Der ist tot. Irgendwas hat denn Damage gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefragt, ob ihm irgendwas Damage gemacht hat. Mir hat der, mir hat der Pool. Und dann spricht er nicht mehr. Leute, mir hat der Pool auch Damage gemacht. Okay. Muss ich immer so, muss ich immer schuld sein. Ey, was geht mit euch ab? Warum kann ich hier nicht aufs Klo? Sei doch nicht so aggressiv. Ja, ich finde das echt voll gemein von euch. Boah, hier ist eine Sauna, Leute. Voll warm. Aber da wurde geschossen, Pan. Ich sehe den Pool. Ja. Ja. Warum kann der Flo ja nicht ertrunken sein? Der Pool macht mir Schaden. Was willst du von mir? Ja, aber der wurde geschossen. Und ziel nicht so blöd auf mich. Ich habe nichts gemacht. Pan, Doria, ist es sowas von. Ich bin es nicht. Ey, ich bin es nicht. Seid ihr bekloppt oder was? Komm her, dann stell dich. Ja, kassiert dir es. Wie ist es sowas von? Ey, erschießen. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. So, du musst dich erschießen. Sofort. Tommi, du musst dich erschießen, sonst bist du gleich tot. Tommi, schieße. Ich bin es nicht. Wirklich nicht. Tommi, erschießen. Bitte, schnell, schnell, schnell. Du musst dich erschießen. Es geht nicht anders. Ich bin es. Scheiße. Ich bin es. Ich wollte gerade Heilung kaufen. Verdammt nochmal. Mann, Leute. Tut mir leid, Flo. Wer war es jetzt? Schon wieder? Ich wollte eigentlich, dass der Flo so ein... Ich glaube das nicht. Ja, aber dieser Pool macht einen Vollschaden. Ja, hat er mir auch erst am Anfang. Nämlich, deswegen war ich verwirrt. Ja, weil du kannst mit Traitor, kannst du da was aktivieren. Dann ist der unter Strom gesetzt. Ach so. Flo, geh mal in den Pool. Ich kriege es auch Schaden. Ah, schön. Tschuldigung. Das ist echt, die Noobs in TTT kann man noch so schön verarschen immer dann. Ja, ja. Ich hab's ja auch nur, weil ich's gesehen hab. Oh, soll jetzt? Aber jetzt ist hier los. Was geht hier ab? Ah. Ist es soweit, Curry? Aber ich mein, wir machen uns ja alle mittlerweile. Verfolge die Pan. Ich hau einfach nur ab. Du siehst immer die Beschreibung. Wenn du, also wenn du bei den... Okay, Jungs. Es ist soweit. Ja? Wir fahren auf einem Boot. Ich bin innocent. Ja, ich auch. Ich bin auch innocent. Ich bin hier mit dem Tommy, der sieht voll verdächtig aus. Oh! Ich bin ein Bug des Chips mit dem Curry. Innocent. Hey, Tommy, Tommy. Tommy. Hier, guck mal. Sing mal. Sing mal. Ich spiel Klavier. Du sagst nur mich so. Guck mal da. Kletter mal. Wollen wir nicht singen? Curry, Curry. Komm, geh da hin. Willst du Klavier spielen? Ich dachte, du wolltest ein bisschen singen. Nein. Der Sack 16 ist jetzt auch hier. Der hat mich gleich. Lala. Leute, ihr verpasst das Konzert. Komm langsam hier. Ich bring dich um, Tommy. Ich bring dich um. Ich bin empört. Oh! Boah, hier wird geschossen. Alter. Mich wurde geschossen, Leute. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Dommi oder 616 waren's. Die haben auf mich geschossen. Irgendjemand hat gerade auf mich geschossen. Also Curry. Dommi, ist es Dommi? Dommi, ist es Dommi? Nein, ich hab's. Er hat auf mich gezielt. Ich schwör's euch. Dommi? Ich glaube, dass du's bist. Nein. Bin ich nicht. Oh Gott. Ich bin hier. Ich schwöre auf den Eisdick. Oh, oh, wie schick. Ich bin nicht mehr beim Mikro. Ja. Und das ist schon der Rot. Oh, Nora ist hier. Ich hatte sie jetzt getötet. Wie, Pandoria ist hier. Du siehst mich gar nicht, 616. Ich war hinter dir. Ich hab mich so geil verschanzt. Ach du Scheiße. Wie der immer kämpft. Ja. Ist das wieder deine Hood? Ich hab so ne geile Hoods. Oh Gott. Also ihm vertraue ich nicht mehr. Der hat auf mich geschossen. Ach, der Dommi. Stimmt. Ja, irgendeiner von euch hat auch auf mich geschossen. Ich bin hier mit dem Dommi übrigens. Ja, Dommi. Was machst du jetzt? Bleib hier. Einfach. Ja. Der Dommi. Flo, äh, Tommi. Tommi. Ich trau denen nicht mehr. Ich hab auch Angst. Ich geh weg. Alles cool. Ich lebe. Okay, gut. Ja, ich auch. Ich verschanz mich einfach nur. Aber wo sei denn? Ey, ich hasse dieses Schiff. Das Schiff ist so riesig. Liefernd ist total geil. Hey, da war ein Schuss. Ja, ja, ja. Ich war's. Ich war's. Ich war's. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich wollte nur in den Pool springen. Hä? Was war das? Ich hab die Pan schon wieder unter Verdacht. Ich bin's wirklich nicht. Da hat jemand geschossen. Das ist voll grün. Hier ist ein Pool. Wer ist da? Curry. Hier ist ein Pool. Ja, Curry und? Geht schwimmen. Na, Curry, willst du eh drücken? Na, willst du eh drücken, Curry? Nein, 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 hör auf. Ja, willst du eh drücken? Nein, ich setz mich noch. Ich geh jetzt in den Pool. Wenn ich Schaden krieg, hat er eh gedrückt. Ich, 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 ich. Ich war's beim Schwimmen. Ich drücke eh. Pass auf. Nee. Ja. Willst du essen? Hier. Was machst du? Ich hab hier Curry-Los. Hey, cool. Tomatensuppe. Free Willy. Ja. Ja, hier. Free mal deinen Willy. Ey, ich hasse auch für... Milch, Tomaten. Boah, boah. Und Beef. Und ich geh weg, weil ich hier nicht trau. Beef. Wie, du traust mir nicht? Warum traust du mir denn nicht? Ist die Sauna. Du zielst voll auf mich? Boah, ich bin in der Kompetenz. Wäre nicht zielen, aber du hältst die Schottkinder auf mich. Aber das halten wir alle. Okay, ich geh mal wieder raus. Hier draußen ist ja auch ein Pool. Weil der ist jetzt rechts in der. So, ich bin nämlich mit dem Curry alleine. Hau ab. Ich bin alleine mit dem. Boah, ich bin alleine mit dem Tommy. Tommy ist es. Tommy ist es. Ich sagte doch. Oder ist es doch Dommy? Tommy ist es. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab irgendwie immer noch Dommy. Nein, 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 nein. Hast du 16, 16, da meinst du Tommi und nicht Dommy? Äh, Tommy. Ah, Tommy. Wo ist Tommy? Ich werd den verholen. Hallo, Curry? Ja, ich bin doch da. Ah, Gott. Ich weiß nur gerade nicht, wovon die Schüsse kamen. Heiße, Mann. Oh, das ist so riesig. Oh, wir sind Dessous. Alle Hinder. Entschuldigung. Oh, hier sind Dessous. Oh, wie süß. Tommy, komm. Tommy. 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 Ich bin ihn auf den Spuren. Ich spüre es. Tommy. 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 Oh, oh. Nein. Ich hab Poloria getötet. Ich hab mich erschreckt. Hä? Der Curry ist es. Der Curry ist es. Nein, nein. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Was? Ich. Hallo. Wie? Du hast mich getötet. Ich bin am Leben. Jetzt hast du dich voll verraten. Boah. Du Scheiße, du. Du hast dich voll verraten. Was ist? Es geht mit dir. Was bist du für einer, ey? Scheiße. Oh Gott. Ich bin durch. Tut mir leid, dass ich manchmal so eine helle Stimme habe, aber ich bin eine Frau. Das ist voll doof. Ich hab den besten Versteck ever. Scheiße. Curry, du bist so eine Drecksau. Boah, krass. Da hast du gedacht, ich wäre schon tot. Ja. Oh, was. Curry, du brauchst es gar nicht so zu tun. Scheiße. Wer ist es? Kacke. Ist das... Tommy. Was ist hier los? Ich bin durch. Oh. Nein. Nein, ey. Fuck. Curry, was hast du gesagt? Ich dachte, du hättest mich erschossen. Nein, ich hab verstanden. Du hast mich gefunden. Tot. Nein. Ich hab den Flo erschossen, weil ich mich erschrocken hab. Ich hab den Instant-Neadshot gegeben. Ja. Einfach so. Ja, weil ich mich erschrocken hab. Ich wollte gerade die Türen zumachen. Ich hab Pandora gehört. Das war für komisch. Ja, weil ich dachte, du standst hinter... Ach so. Weil in dem Moment halt ich von hinten erschossen wurde und du... Dachte, du hast dich jetzt voll verraten. ...weil du so geschrien hast. Deswegen hab ich gedacht, Malorie hat mich erschossen. Aber es war Tommy und dann hast du gedacht, ich hätte dich verarscht. Oh mein Gott, alle drehen durch. Aber der Flo rastet doch sonst immer aus. Was ist hier los? Boah, ich raste aus. Ich raste aus. Uh. Boah, krass. Ich find das immer so geil, wenn du noch... Der Flo und irgendwie der Traitor übrig ist und dann eher so nervös sind und dann so... Boah, ich raste gleich aus. Ich raste aus. Flip aus. Ich hasse das auch. Ich schwör's euch. Was ist denn mit dir los, Tommy? Nein, scheiße. Mit dir los, Tommy? Was soll denn das jetzt? Was du da hier... Was veranschaltest du hier? Ich bin auch in der Küche. Ich bin innocent. Scheiße, ich war innocent. Äh, wer hat die weiße Shotgun genommen? Wer war das? Ich bin der Turtle Grund. Ich bin der Turtle. Z 관심istuben.